Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte, exklusiv für Sie zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, und beim Donnschlag war es wieder genau 15 Uhr und das heißt, sie startet unsere tägliche 15-15-Show. Und in der nächsten halben Stunde sind alle Produkte, ganz egal was sie noch vor einer Minute gekostet haben, für Sie, für diese Sendung auf 15 Euro herunter reduziert. Und ich kann Ihnen sagen, Ingo hat ein breit gefächertes Sortiment heute ausgesucht. Spielzeug. Und da ist mit Sicherheit auch was für Sie dabei, für mich ist was dabei. Aber schauen wir uns gleich mal das erste Produkt an. Jetzt schlägt es 15. Ja, ich habe hier unsere, ich glaube, beste Funkwetterstation mitgebracht. Das ist eine Wetterstation, die hat natürlich auch einen Wecker drin, einen Funkwecker. Das heißt, er hat immer die richtige Uhrzeit, weckt sie morgens, ganz bequem. Und dann hier auch noch eben diese unglaublich tolle Wetterstation dabei. Wir haben ein Farb-LED-Display hier, ein Farb-LCD-Display, an dem wir die Temperatur drinnen sehen können. Wir können die Temperatur draußen sehen mit einem Außensensor, der bis zu 60 Meter Reichweite hat. Der verbindet sich mit dem ganz automatisch per Funk. Da brauchen Sie gar nichts irgendwie kompliziert einzustellen. Und dann kann ich nicht nur die Temperatur drinnen, sondern auch die draußen sehen. Da links sehen Sie eine Sonne mit Wolken. Das sind die Wetteraussichten. Das heißt, ich weiß jetzt auch, wie bei mir zu Hause das Wetter ungefähr werden wird. Und das finde ich ganz, ganz, ganz entscheidend. Wir wohnen hier mitten in Niedersachsen, so 30 Kilometer weg von der nächstgrößeren Stadt. Das heißt, ich kann jetzt hier nicht, was meine Wetter-App sagt, von der nächstgrößeren Stadt die Temperatur und Wetteraussichten sehen, sondern bei mir zu Hause. Das ist mir wichtig, dass ich genau da eben die Wetterprognose habe. Ich habe auch noch ein Thermometer, ein Hygrometer und ein Barometer drin. Ich kann sogar den Luftdruck sehen und die Luftfeuchtigkeit jeweils mit Minimum und Maximum auch noch, dass ich mal sehen kann, Mensch, wie kalt war es denn letzte Nacht? Wie kalt war es denn letzte Woche? Wie heiß war es heute tagsüber, während wir bei der Arbeit sind? Es ist ja im Moment noch Hochsommer, auch wenn es im Moment nicht so aussieht. Aber wir kriegen den Sommer wieder. Das sagt uns hier nämlich die Wetteraussicht, dass wir wieder bald richtig Sonne haben werden. Moni, du hast da den Außensensor in der Hand. Ganz, ganz einfach. Der verbindet sich dann drahtlos mit diesem sehr eleganten Wecker, mit dieser Funk-Wetterstation, mit einem Farbdisplay. Das ist was ganz Besonderes. Und das hier für nur 15 Euro. Was ich so genial finde, gerade beim Wetter, mittlerweile hat jeder eine Wetter-App. Aber meine Erfahrung zeigt mir, drei verschiedene Wetter-Apps, drei verschiedene Wetterlagen. Welche soll man glauben? Ja, die, die einem am angenehmsten ist. Nein, holen Sie sich so eine Wetterstation. Ich habe seit Jahren eine bei mir am Ausgang oder Eingang im Wohnzimmer stehen. Und da schaue ich auch jeden Tag drauf, wie ist die Prognose, wie ist es draußen, das Wetter. Im Winter ist das auch ganz wichtig. Da meint man, es ist warm, wenn die Sonne scheint. Und dann haben wir minus vier Grad. Also so eine Wetterstation ist schon toll. Aber normalerweise wesentlich hochpreisiger als 15 Euro. Hier noch der Hinweis, wenn wir nichts anderes sagen, dürfen Sie auch in der 1515-Show jedes Produkt bis zu fünfmal bestellen. Warum ich das sage, bei einer Wetterstation, Ingo, wäre auch eine tolle, tolle Geschenkidee. Eine super Geschenkidee. Gerade weil wir hier auch noch den Funkwecker dabei haben. Ich würde das wirklich auf den Nachtisch stellen. Die Zahlen sind groß genug, dass man die auch ohne Brille lesen kann. Und dieses wunderschöne Farbdisplay macht einfach auch nochmal extra was her. Und ich sage Ihnen noch, die Bestellnummer, das ist die NX5568 und natürlich die 569 am Ende nicht vergessen. Weil nur mit dieser Kennung bekommen Sie auch diesen fantastischen TV-Sonderpreis. Also eine Wetterstation, wirklich etwas, was jeder Haushalt gebrauchen kann. Und schauen Sie nicht mehr auf Ihre App. Wahrscheinlich ist Ihre Wetter-App genauso ungenau wie meine Wetter-App. Diese Wetterstationen, die zeigen Ihnen Ihr zu erwartendes Wetter. So, es geht aber weiter. Und wir hoffen ja, dass es wieder schöner wird. Und die Prognosen sind auch so. Und da haben wir das richtige Produkt für Ihren Garten. Jetzt schlägt es wieder 15. Ja, ich liebe diese Solar-Lampen, diese Wegeleuchten, die wir hier haben können. Und das ist eine unserer elegantesten, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht sehr, sehr hochwertig aus hier mit diesem Edelstahlrahmen und dann hier dieser Lampe, die hinter so einem Milchglas ist. Das ist natürlich aus Kunststoff, wetterbeständig, ganz, ganz einfach. Und die kann man jetzt super einfach installieren. Die müssen Sie nämlich einfach nur in die Erde stecken. Da ist ein kleiner Erdspieß dabei. Den stecken Sie ganz einfach in die Erde. Und damit haben wir dann Licht, wo vorher kein Licht war. Hier bekommen Sie nicht eine oder zwei. Sie bekommen hier tatsächlich ein Sechser-Set, dieser Edelstahlwegeleuchten. Vielleicht haben Sie irgendeinen Weg zum Haus oder im Garten, der mal beleuchtet werden soll. Vielleicht wollen Sie einfach nur Lichtakzente setzen in Ihrem Garten. Klar, wir haben alle schöne Blumen und Pflanzen. Die wollen natürlich auch beleuchtet werden, dass man die auch nachts sieht. Sie brauchen sich um gar nichts zu kümmern, weil die lädt sich selber wieder auf mit einem Solarpanel, was oben ist. Und sobald die Dämmerung einsetzt, haben Sie hier tatsächlich bis zu acht Stunden Licht. Also praktisch die ganze Nacht kann man dann mal so schön draußen beim Grillen sitzen und seinen Garten bewohnen. Das ist also so ein Lichtakzent, den man hier setzen kann, der sehr, sehr elegant ist. Die sieht richtig schick aus, Mungi, oder? Auf jeden Fall. Super schön. Und ich finde auch praktisch natürlich das Solarpanel. Also, dass man sich um gar nichts mehr kümmern muss. Mit dem Erdspieß, super praktisch. Und jetzt so viele. Ist ja wirklich fantastisch für den Preis. Ja, wie gesagt, sechs Stück bekommen Sie hier. Das ist ein absoluter Hammerpreis. Die kosten normalerweise viel, viel mehr bei uns. Wir zeigen Ihnen nachher auch noch den Pearl.de-Preis. Das ist eine... Oder ich höre gerade, wir gucken uns jetzt mal an hier. Und da sehen wir es. 33 Euro, das ist schon ein günstiger Preis. Nochmal, es ist ein Sechser-Set. Aber mehr als halbiert haben wir es jetzt für Sie in der 1515-Show. Das heißt, am besten gleich zugreifen. Weil, möchte ich auch noch mal kurz erwähnen, für die Neuzuschauer, unser Angebot ist immer nur begrenzt. Wir haben nur ein begrenztes Kontingent. Wenn das weg ist, gilt wieder der Normalpreis. Also schnell sein. Und du hast, ich gebe dir absolut recht, die sehen unglaublich stylisch aus. Sehr hochwertig sehen sie aus. Sehr hochwertig, klar. So etwas erwartet man eigentlich in einem Hotelpark oder Ähnlichem. Machen Sie Ihren Garten zum Hotelpark oder Kurpark. Kurpark würde ich eher sagen. Aber eben sehr, sehr stylisch. Das sieht richtig modern und schick aus hier. Sehr solide. Und eben durch diese Edelstahl-Optik sieht das eben so fantastisch und hochwertig aus. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe mich gefreut, dass ich die hier in die 1515-Sendung reinbekommen habe. Weil das sind, finde ich, unsere hübschesten und hochwertigsten Lampen, die wir haben. Wir haben ein paar davon. Die hier sind sehr, sehr schick. Kann man wirklich überall hinsetzen. Und dann eben hat man Licht, wo vorher kein Licht war, ohne ein Kabel zu verlegen, ohne Batterien nachfüllen zu müssen oder einen Akku laden zu müssen. Weil die sich über dieses kleine Solarpanel, was oben im Deckel ist, immer wieder selber mit Strom versorgen. Und dann haben sie Licht bis zu acht Stunden, sobald die Dämmerung einsetzt. Ganz automatisch. Ja, ich könnte mir das wunderbar vorstellen. Eben als Wegleuchten zum Haus hin oder hinten im Garten. Aber auch als Terrassenbegrenzung oder ähnliches. Ich denke, Sie zu Hause wissen am besten, wo es bei Ihnen gut zur Geltung kommt. Die Bestellnummer für das 6er-Set ist die NX 9518 und die 569. Und wenn Ihnen sechs Lampen nicht reichen, auch hier, dürfen Sie das 6er-Set bis zu fünfmal bestellen. Dann haben Sie ein richtiges Lichter mehr. Ja, und vom Garten der Sonne und dem Lichtermeer kommen wir jetzt zur Hygiene, wie sie schöner und einfacher nicht sein kann. Jetzt schlägt es wieder 15. Ja, Hygiene ist sehr, sehr wichtig. Hier haben wir einen automatischen Seifenspender. Sie kennen das vielleicht, haben Sie es vielleicht schon mal irgendwo gesehen, wussten nicht, dass man sowas auch für zu Hause kaufen kann. Da hält man ganz einfach seine Hand drunter und dann kommt die optimale Menge an Seife raus, um sich eben die Hände zu waschen, ohne etwas berühren zu müssen. Das ist der riesengroße Vorteil. Es gibt ja diese Pumpdinger, wo man oben drauf drücken muss, dann kommt Seifenflüssigkeit raus. Aber wenn Sie mal drüber nachdenken, haben die Leute diese Pumpdinger mit dreckigen Händen angefasst. Klar, die haben sich die Hände ja noch nicht gewaschen. Außerdem haben Sie natürlich hier auch dann berührungslose Hygiene. Für Kinder ist das ja wie Zauberei. Ich weiß, wie das bei mir früher war. Da hieß es immer, hast du dir schon die Hände gewaschen vor dem Essen? Und die haben gesagt, ne, okay, dann gehe ich gleich noch. Dann lag da so ein Stück Seife. Das ist ja noch schlimmer als diese Spender. So ein Stück Seife, wo schon tausend Leute vorher sich die Hände mitgewaschen haben. War meistens weich oder außen so glitschig. Das kennen Sie auch. Hier kann man das wirklich berührungslos machen. Macht richtig Spaß eben auch. Das ist eben für Kinder ganz wichtig, dass sie dann auch auf Hygiene achten. Wir wollen das mal eben vorführen. Ich habe hier mal ein Handtuch mitgebracht, damit wir unseren Tisch nicht dreckig machen. Und ich mir meine Hände danach auch wieder sauber machen kann. Wenn man jetzt hier einfach die Hand runterhält, sehen Sie, das kommt automatisch genau die richtige Menge Seife hier raus. Also es ist wirklich fantastisch hier. Sehen Sie das? Und dann kann man sich eben die Hände waschen, ohne dass man irgendetwas anfassen kann. Ich finde es auch umweltverträglich, weil du ja keinen Abfall produzierst. Du kannst in großen Nachfüllpacken die Flüssigseife deines Vertrauens kaufen und die eben immer wieder nachfüllen. Und jetzt habe ich noch eine Nachricht. Das habe ich eigentlich für unmöglich gehalten. Aber wir haben jetzt nicht einen dieser Seifenspender für 15 Euro. Ingo, du hast es geschafft, zwei dafür heute in die Show zu bringen. Das ist schon ein Topseller bei uns einzeln zum Regulärpreis. Hier haben wir jetzt ein Zweierset für 15 Euro. Auch das natürlich wieder zum absoluten Hammerpreis. Das ist hier 25,99 Euro. Kostet ja normalerweise bei Pearl.de. Sie sparen richtig, richtig viel Geld. Wir schauen auch mal auf den Einzelpreis. Da sehen wir es. 17 Euro das Einzelstück. Sie bekommen jetzt zwei für 15 Euro. Übrigens natürlich kabellos zu betreiben. Das Ganze wird mit Batterien betrieben, sodass man es auch wirklich überall einsetzen kann. Also ich finde das ein wahnsinniges Preis-Leistungsverhältnis. Und das Zweierset dieser automatischen, sehr hygienischen Seifenspender hat die Bestellnummer ZX 1302. Und die 569 übrigens auch für Desinfektionsmittel oder andere Spielmittel. Also alles mit ähnlicher Konsistenz ist es ebenso zu gebrauchen. So, und jetzt kommt natürlich ein Highlight für mich heute. Also ich warte immer aufs Spielzeug. Und jetzt ist es soweit. Es schlägt wieder 15. Das ist unser Preis-Alarm. Ich erkläre mal ganz schnell, was das bedeutet. Wir haben ein Produkt soweit gerade reduziert. Nur ein kleines Kontingent, dass Sie es bitte nur einmal pro Besteller bestellen dürfen. Aber es ist ein kompletter Billardtisch mit zwei Köse, mit allen Kugeln, die Sie brauchen. Hier ist sogar noch so eine Bürste dabei, womit Sie die Oberfläche noch mal sauber machen können. Moni, spielst du gern Billard? Äh, hab ich noch nicht so oft. Du hast ja nicht so oft. Du kannst doch super üben schon mal hier. Ralf, du spielst gern Billard, ne? Mach mal eine Partie gegeneinander, während ich das hier erkläre. Super einfach natürlich hier. Sie bekommen die Köse dazu. Und das fühlt sich wirklich an wie ein richtiges... Soll ich anfangen? Fang mal an. Also gut. Wie ein richtiger Billardtisch. Ui! Okay, Moni, du bist dran. Also das macht mal richtig Spaß. Man kann das überall aufstellen. Es ist hier wirklich wunderschön. Ich geh nochmal voll in die Vollen. Ja, guck mal. So, jetzt. Oh, du hast die Vollen. Ich habe die Vollen. So, warte, ich bin wieder dran. Ja, schon. Dürfen wir nicht? Achtung, die vier vielleicht? Nein! Oh! Habe ich eine von dir versenkt, aber auch die weiße. Das heißt, du bist wieder dran. Mensch, das macht auch so Spaß. Stellst du irgendwo auf den Tisch und machst eine Billardrunde. Aha, das mit der Kreide, das hast du schon raus, Moni. Ja. Bin ja hier auch schon profi. Und da hättest du auch in die andere Richtung spielen dürfen. Du hast ja die Halben. Kennst du den Unterschied zwischen Halben und Vollen überhaupt? Guck mal, manche sind halb bemalt. Ah ja, stimmt. Manche sind voll bemalt. Und deshalb ist das so im Stehen so. Ralf, du hast das schon mal gemacht, glaube ich, ne? Ja, aber nicht an so einem Mini. Also das ist wirklich toll. Ich spiele jetzt mal, ich spiele mal zu dir rüber. Dann geht es einfacher. Jetzt darfst du wieder. Guck mal. So, jetzt bist du dran. Wir achten jetzt mal nicht so auf volle und halbe. Nein. Es geht um das Gefühl. Es ist wirklich genau wie ein richtiger Billardtisch hier. Und das eben nicht für mehrere hundert oder tausend Euro, sondern für 15 Euro. Unseren Preiselarm dürfen Sie einmal bestellen maximal. Der wird relativ schnell ausverkauft sein, glaube ich, weil wir hier einen wirklich unglaublichen Preis haben. Wir schauen mal bei Pearl.de, wo der schon sehr, sehr beliebt ist hier. Bei unseren 40 Euro kostet der bei Pearl.de normalerweise. Ja, klar. Muss ich ehrlich sagen. Das macht riesig Spaß. Ja. Reinigungsbürste. Oh, was ist da? Da ist ein Fussel drauf. Da ist ein Fussel drauf. Genau dafür ist es. Wie ist das denn passiert? Ich finde es auch toll, die Banden, die reagieren auch. Das ist auch schön. Und sowas jetzt für zu Hause als Spielzeug. Aber nochmal, denken Sie dran. Es ist unser heutiger Preiselarm. Das heißt maximal einer dieser Billardtische Probesteller. Oh, jetzt darfst du nochmal. Aber ein Billardtisch für 15 Euro, inklusive zwei Köes, inklusive Kugeln. Und den spiele ich jetzt noch ein. Guck mal. Kreide. Kreide, das Dreieck kriegen Sie noch dazu. Dreieck. Und natürlich hier. Ich mache das mal hier. Willst du nochmal, der liegt noch so bei dir. Ach so, komm, dann kriegst du ihn. Komm, ich bin ja, wo hättest du sie? Oh, jetzt hat keiner gesehen. Kreide hatte Angst, hier die 8 zu versenken, glaube ich. Sie wollten sie es doch dran. Oh, das war aber knapp. Also Wahnsinn. Das können wir jetzt noch eine Stunde machen. Da bin ich jetzt, bin ich voll dabei. Die nachfolgenden Sendungen verschieben sich in ca. 45 Minuten, weil wir spielen weiter Billard. Und wenn Sie das auch wollen, notieren Sie bitte die Bestellnummer. Die NC 1695 und die, guck mal, ich mache mal einen Kopfstoß. 5, 6, 9. Achtung. Und ah, wow, alle auf einmal versenken. Glauben Sie mir, dass alle das nicht gesehen haben. Also schade, dass das nicht mehr auf Kamera war. Aber Ralf hat eben wirklich auf einmal vom Tisch gehauen. Es macht richtig Spaß, muss ich sagen. Gefällt mir. Und ich bin wieder vollkommen zufrieden. Wir haben ein Spielzeug in der Sendung, welches normalerweise regulär 40 Euro kostet für Sie hier und heute für 15 Euro. Und nochmal der Hinweis, es ist unser Preisalarm. Deshalb maximal ein Billard Spiel pro Besteller würde ich aber sofort holen. Vielleicht auch so als kleines Geschenk schon. Weihnachten ist ja gar nicht mehr so weit. Und ich habe mir sagen lassen, wer im Sommer Weihnachtsgeschenke kauft, der spart viele Geld. Der spart viel Geld und das ist clever. Sollten Sie unbedingt zugreifen hier bei unserem Preisalarm. Ja, und Heimwerken spart auch viel Geld. Und dann kommt unser nächstes Produkt genau richtig. Es schlägt wieder 15. Wir haben einen kompletten Werkzeugkoffer für 15 Euro. Den haben wir vor ein, zwei Monaten, haben wir den, glaube ich, schon mal vorgestellt. Der war sehr schnell vergriffen, weil das ist ein toller Preis. Wenn Sie wissen, was ein Schraubenzieher, was eine Zache, was all diese Werkzeuge kosten, dann wissen Sie, dass das hier ein Riesendeal ist. Ich habe mir den gekauft, weil ich hier umziehe gerade in Dassel. Und natürlich habe ich meine große Werkzeugkiste in Bremen. Aber um hier und da mal was zu machen, mal eine Schraube rauszudrehen, mal einen Hammer in die Wand zu hauen, all diese Sachen können Sie hier mitmachen. Wir haben einen Hammer, wir haben ein Maßband, wir haben eine Schere, wir haben sogar ein Teppichmesser drin. Wir haben ein Bit-Set dabei mit einem Bit-Halter. Wir haben eine, ja, diese Greifzange hier noch. Wir haben sogar Präzisionsschraubenzieher drin. Also alles, was man so braucht, ein 3 Meter Maßband. Addieren Sie mal, was Sie hier normalerweise für ausgeben würden. Hier ein komplettes Imbusschlüssel-Set. Alles hier drin in diesem kleinen Koffer. Und das auch noch sehr ordentlich untergebracht hier, dass man eben auch alles immer zusammen hat und nicht groß suchen muss. Das in dieser tollen, tollen Transportkoffer hier, in diesem Hartschalenkoffer. Ich finde, das ist ein Riesendeal. Ich hatte überlegt, mir die Werkzeuge einzeln zu kaufen und dann habe ich diesen Deal hier gesehen. Ein kompletter Werkzeugkoffer hier, 39 teilig, für nur 15 Euro ist der absolute Wahnsinn. Weißt du, wenn du einzeln kaufst und kaufst einen Koffer, ja, dann zahlst du für den leeren Koffer meistens schon mehr als 15 Euro. Hier ist er einfach mit dabei. 39 Teile und ich glaube, das ist eine Grundausstattung für jedermann. Nicht nur, wenn Sie gerade am Umziehen sind, wie Ingo. Und also da kann ich Ihnen nur dazu raten, holen Sie sich das. Dann ist auch mit dem kleinen Koffer Ihr Werkzeug immer griffbereit. Die Bestellnummer ist die PV 8797 und die 569. Und auch die Damenwelt schadet nie, mal ein bisschen Werkzeug zu Hause zu haben. Monika, hast du eine Grundausstattung an Werkzeug? Die habe ich zwar nicht so ordentlich, bei mir fliegt die so ein bisschen durcheinander, aber braucht man auf jeden Fall. Also, das ist auch wieder mal eine tolle Geschenkidee, möchte ich hier an dieser Stelle auch noch erwähnen, weil man hat ja vielleicht auch mal den netten Nachbarn, der einem immer mal hilft. Und da kann man ihm gerne mal so eine Ausstattung hier mit wirklich tollen, tollen Werkzeugen hier kaufen. Ja, vor allem ist es eine richtig gute Qualität auch. Dieser Zimmermannshammer, den wir da sehen, der kostet allein 10 Euro im Baumarkt, also in vielen Baumärkten, habe ich schon so gesehen. So, vom Werkzeug gehen wir weg zu kleinen Viechern, die ziemlich nerven können und die vertreiben wir jetzt einfach mal. Es schlägt wieder 15. Wir haben einen 3-in-1-Schädlings-Vertreiber. Von welchen Schädlingen sprechen wir? Von denen, die uns richtig doll nerven. Fliegen, Mücken, Kakerlaken, all diese Sachen, Ameisen werden hier durch Ultraschall vertrieben. Und das absolut chemiefrei, Ultraschall, das hören Sie nicht, aber für die Tiere hört sich das so an, als wenn man so mit Fingernagel über eine Tafel geht oder so, oder mit Kreideabrutsch. Also ganz furchtbares Geräusch für die. Und dann werden die vertrieben und lassen sie in Ruhe. Gerade jetzt im Sommer wird man ja schon mal ab und zu gestochen, in Kinderzimmern sowieso. Für Kinder ist es noch schlimmer. Wir können uns noch einigermaßen beherrschen, dass wir uns nicht kratzen, obwohl das auch schon verdammt schwierig ist. Aber bei Kindern, die kratzen sich dann auf, dann bleiben Narben, das ist alles nicht so schön. Hier wird alles vertrieben mit Ultraschall. Gleichzeitig 3 in 1 Funktionen. Wir haben nicht nur den Schädlingsvertreiber, wir haben auch noch ein Nachtlicht, was automatisch anfängt zu leuchten, wenn sich jemand hier nähert. Und tatsächlich noch einen Ionisator, einen Luftreiniger dabei. Der hilft natürlich auch dabei jetzt gegen Staub, gegen Milben, gegen Bakterien, gegen Viren. Aber ganz, ganz wichtig, auch gegen Gerüche. Und das ist ganz wichtig in der Küche. In der Küche sind ja sowieso auch immer sehr viele, wir haben sehr viele diese Gewitterfliegen gehabt diesen Sommer. Habt ihr auch gehabt, Moni? Ja, habe ich auch. Das ist wirklich sehr, sehr lästig, weil die fliegen irgendwie noch langsamer als normale Fliegen. Die sind überall und werden irgendwie pro Minute immer mehr. Also ich habe davon ganz viele in der Küche. Und das finde ich wirklich praktisch, wenn man hier einfach die drei Funktionen in einem hat. Ich habe versucht, mir irgendwie selber so eine Fliegenfalle zu bauen, aber das hat nicht wirklich funktioniert. Ja, da gibt es ja so viele Tipps im Internet mit was weiß ich für Flüssigkeiten. Richtig. Ich glaube, die Fliegen lachen uns als aus, wenn wir was bauen. Wenn man ganz nah ran geht, kann man die lachen sehen. Also sowas wirkt absolut und es vertreibt sich. Und du hast vorhin von Kindern gesprochen. Also wer Kinder oder Enkel hat, weiß, wie schlimm das ist, wenn mal die Beinchen oder die Ärmchen komplett zerstochen sind. Das kann eine so eine Schnarke, eine so eine Mücke kann das herstellen. Das sind das Kinderzimmer rein, Nachtlicht, Luftreiniger und eben ein Vertreiber von den Tieren. Und gerade für Tierfreunde natürlich toll, weil du schadest ja den Tieren nicht, die ja oftmals auch nützlich sind. Ja, ja. Sondern du schickst sie eigentlich nur zum Nachbarn. Sagst, geh mal zu Meiers nebenan und versuch mal da, ob du Glück hast. Also perfekt für bis zur Mitte große Räume, würde ich sagen. Damit ist das dann mückenfrei, wo auch Kakerlaken sind. Ich finde, Kakerlaken sind das Allerschlimmste, was es gibt. Die werden hiermit auch noch vertrieben, habe ich gelesen in der Gebrauchsanweisung. Also eine ganz tolle Anschaffung hier für jeden Raum. Und gerade jetzt für 15 Euro können sie hier mal für Ordnung sorgen, für Geruchsfreiheit sorgen, auch in der Küche oder so. Ich finde auch, ich habe das bei meiner Oma immer gesehen, die hatte diese Fliegenpapier, nannte sich das, glaube ich. Oh, die sind eklig. Die werden immer dunklaut, immer ekliger, je länger waren die Hänger. Möchten wir nicht mehr darüber nachdenken, wir vertreiben sie lieber. Wichtig, auch hier dürfen sie mehrfach zugreifen. Das heißt, Kinderzimmer, Schlafzimmer, Wohnzimmer, Küche bis zu fünfmal und dann einfach in die Steckdose rein. Und jede dieser Optionen, die Ingo gerade genannt hat, also Nachtlicht, Ionisator und auch Insektenvertreiber, ist natürlich separat ein- bzw. wegschaltbar. Die Bestellnummer für diesen 3 in 1 Schädlingsvertreiber ist die NX3401 und die 569. Und das heißt, gerade wenn man Kinder oder Enkel hat, die werden ruhig einschlafen, aber auch ungestochen wieder aufwachen. Und das ist, glaube ich, auch etwas ganz, ganz Wichtiges, dass man trotz der kleinen Plagegeister, die einfach irgendwie dazugehören, trotzdem ruhig schläft und nicht komplett zerstochen ist. So, und nach Insekten kommen wir jetzt zu etwas Romantischen. Und ich verrate Ihnen, das ist Monikas Lieblingsprodukt. Und jetzt schlägt es wieder 15. Ja, ich wusste, dass wir drei heute diese Sendung haben und habe dabei natürlich an dich gedacht mit dieser wunderschönen Rose. Wir haben die vor ein paar Wochen schon mal gehabt. Die hat dir richtig gut gefallen, ne? Ja, die gefällt mir besonders gut, weil wir eben hier eine Rose haben, die eigentlich für immer blüht, würde ich sagen. Und natürlich noch die Beleuchtung, das finde ich besonders schön. Deshalb vielleicht gerade als Nachtlicht oder einfach mal vielleicht im Wohnzimmer. Das ist wirklich ein schönes Geschenk auch an alle Männer. Vielleicht wollen Sie einfach mal Ihrer Freundin was Schönes schenken. Ich glaube, da wird sich jeder drüber freuen. Ja, jeder Partner würde sich darüber freuen. Das ist sehr elegant gemacht. Das ist natürlich eine Kunstrose. Also das heißt, die wird nie verwelken hier unter einer echten Glaskuppel. Also auch noch sehr, sehr hochwertig gemacht. Und dann haben wir hier tatsächlich auch noch 25 LEDs drin, die dem Ganzen da nochmal so einen besonderen Lichtakzent geben. Rosen sind ja die Blumen der Liebe, die sagen, ich habe dich lieb und diese hier wird nie verwelken. Ich finde die auch so wunderschön gemacht hier. Wenn man mal auf den Boden guckt, sieht man, da liegen nochmal fünf so Rosenblütenblätter. Ganz elegant drapiert. Also es ist ein wunderschönes Lichtobjekt, was eben auch noch eine persönliche Note hat, weil es hier eine wunderschöne Rose ist, die niemals verblühen wird. Hier in Weiß natürlich sieht natürlich auch nochmal super elegant aus. Ich weiß, du hast unglaublich viel. Du liebst diese LED-Beleuchtung, ne? Ja, diese indirekte Beleuchtung finde ich einfach wunderschön. Und hier diese Kombination von dieser wunderschönen weißen Rose mit dem warmweißen Licht, mit den Blütenblättern hier noch auf dem Boden. Ich finde, das ist so stimmig und sieht einfach super schön aus. Also damit machen sie wirklich alles richtig. Und ich glaube wirklich, eine Rose sagt doch mehr als tausend Worte. Ja. Ralf, die sieht doch auch für uns Männer sehr elegant aus, oder? Ja, natürlich. Es ist toll, es ist eine schöne indirekte Beleuchtung, es ist vielleicht auch ein Zeichen der Liebe, so wie du gesagt hast. Ich finde auch den Materialmix hier toll. Das ist echt Holz im Socken und echtes Glas in der Kuppe. Und batteriebetrieben, also kabellos auch sehr schön. Und die LEDs sehen, glaube ich, noch zu Hause bei Ihnen zum Beispiel auf der Anrichter, auf der Kommode, auf dem Sideboard noch ein bisschen besser aus als hier im Studio. Die Bestellnummer ist hier die NX 9636 und natürlich die 569 am Ende. Und für gerade mal 15 Euro hier heute in der 1515 Show ist das natürlich wieder ein tolles, tolles Schnäppchen. Als Dekorationsidee oder als Geschenkidee, ganz egal wie Sie es verwenden, es wird ein absoluter Volltreffer sein. So, und einen Artikel haben wir noch heute in der 1515 Show. Und jetzt kommen wir zu einem Ernährungstrend, der schon lange Bestand hat und weiter, meiner Meinung nach, sich steigert. Lassen Sie sich überraschen, es schlägt nochmal 15. Ja, wir haben hier einen Smoothie-Maker und lassen sich das mal auf der Zunge zergehen. Wir haben einen Smoothie-Maker für 15 Euro. Der funktioniert ganz, ganz einfach. Wir haben hier unser Gefäß, wo wir all die Sachen reintun, die wir in unserem Smoothie haben möchten. Ein Smoothie ist ein Mixer im Prinzip, das kennen Sie vielleicht aus Gemüse und Obst. Gibt es in vielen Sportstudios, Fitnessstudios, aber auch für die eigene Gesundheit, wenn man Vitamine zu sich nehmen will, ist das eine sehr, sehr elegante Art. Deswegen sind die im Moment so populär. Also, ganz einfach, Sie füllen rein, was Sie wollen. Der ist sogar stark genug, dass der gefrorenes Obst und gefrorenes Gemüse machen kann. Hier sehen wir mal, wie das funktioniert. Das ist ein Kunststoffbehälter hier mit tatsächlich 600 Milliliter. Da kann man also auch eine Fassungsvermögen, da kann man auch mal eine größere Portion machen. Hier machen wir mal einen Shake. Das geht natürlich auch einen richtig leckeren Fruchtshake. Sie schrauben dann den Häcksler oder diesen Mixer oben rauf und setzen das dann auf diesen Smoothie-Maker. Dann drücken Sie einen Knopf und dann wird das alles richtig klein gehäckselt und eben zu diesem cremigen Smoothie gemacht. Das ist das Tolle. Wenn Sie dann fertig sind, also wie gesagt, der ist stark genug, dass der sogar gefrorenes Obst und gefrorenes Gemüse klein häckseln kann. Und es gibt wirklich auch jetzt gerade im Sommer nichts Schöneres als entweder einen Smoothie oder einen schönen Milchsteck, wie wir es hier eben machen. Dann nehmen Sie den Häcksler da, diesen kleinen Mixer ab, können das dann direkt rausschütten oder Sie bekommen sogar dazu noch diesen Deckel, den Sie dann aufschrauben können. Und dann haben Sie das im Prinzip To-Go. So, also hier haben wir dann unseren Smoothie drin. Sie machen Ihren Mixer ab, schrauben dann Ihren To-Go, ich nenne immer To-Go-Deckel drauf, fest. Und der ist dann auch richtig dicht eben tatsächlich ohne das, was verschüttet hier, transportieren. Mit ins Sportschule nehmen, mit nach draußen und haben dann diese Erfrischung immer dabei. Smoothies sind super in und das nicht ohne Grund, weil es eine sehr einfache Art ist, hier eben Vitamine zu sich zu nehmen oder sich seinen eigenen Milchshake zu machen. Und was Sie da heute sparen, sehen wir mal eben auf Pearl.de. Ich finde es lustig, wenn du irgendwo siehst, frisch gemachter Smoothie, 5, 6, 7 Euro. Ja, ja, der Preis. Da sehen Sie es auf Pearl.de, der Smoothie Maker, 33 Euro für Sie, mehr als halbiert heute hier und heute für gerade mal 15 Euro. Die Bestellnummer ist die NC 3713 und die 569 und dadurch hat mir jemand erzählt, er macht mit Brennnesseln, Brennnesseln sollen ja sehr, sehr gesund sein, er macht mit Brennnesseln Smoothies. Und da habe ich gedacht, das gibt es ja nicht und habe es mal probiert. Ich war so mutig und es hat gar nicht mal so übel geschmeckt. Er hat noch ein bisschen, noch ein bisschen Obst rein natürlich, aber Brennnesseln, ich habe es gesehen, ich weiß gar nicht, der konnte die Brennnesseln anfassen, ohne dass sie ihm weh gemacht haben. Ja, rein und super. Spinat ist übrigens auch sehr gut, egal was Sie rein machen, holen Sie sich auf jeden Fall diesen Smoothie Maker oder Mixer, wie es früher genannt wurde, für 15 Euro. Und das war sie schon wieder, unsere 15, 15 Show heute und ich hoffe, Sie haben Ihr Schnäppchen gefunden. Übrigens, der Billardtisch ist schon fast ausverkauft, also wenn Sie den noch wollen, jetzt ganz, ganz schnell sein. Bis zum nächsten Mal.